So, so, Mr. Bond. Sehen wir uns also wieder. Oh! Da ist eine Kamera! Hallo Management! Hallo neues Management! Wir sind... Das Niveau! Aus Berlin! Neukölln! Neukölln! So, Jero Togelsang und Martin Spies. Liebe Herren, liebe Damen, liebe Damen, liebe Herren! Hallo neues Management! Wir sind Joko und Klaas! Studierter Schauspieler. Der lacht doch immer so, ne? Ja. Und studierter Kulturwissenschaftler. YMCA. Und, äh... Wir möchten euch das Glück zuteil werden lassen, uns unter Vertrag zu nehmen. Wir wollen ein neues Level erreichen. Wir sind... Gut. And our English is very great. Wir brauchen Geld. Und Koks. Und Mücken. So sieht's aus. And, äh... Champagner in the... In the whirlpool. Aber vor allem brauchen wir euch! Und ihr braucht uns! Das ist viel wichtiger! Also schreibt uns. Schreibt uns einfach an, wenn ihr schreiben könnt. Passt auf, ganz einfach. Wir brauchen einander. Wir sind super! We are cool! And we want to be managed by you! Das ist unsere Bewerbung! Also nochmal. Bewerbung! 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 Wir haben ein Lied für euch geschrieben. Zwei! Drei! Bewerbung! 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 Vielleicht hätten wir die Gitarre noch mal stimmen sollen! Bewerbung! 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 Das ist unsere Werbung! Bewerbung! 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 Nehmt uns unter Vertrag! Nehmt uns unter Vertrag! Guckt in unsere Pressemappe! Da unten! Hört in die Alben rein! Wieder! Guckt euch das Video an von unserer kompletten Show! Ähm... Das Niveau! Martin! Und Sören! So, ich hab kein Bock mehr! Ich auch nicht, wir machen gleich Schluss! Ja, das war's schon! Herrlich! Schluss! Bis zum nächsten Mal!